Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Shark of the Wild. Wir haben die Pistole in der Hand, die da waren hier 15 Schuss im Magazin, durchgeladen und wir sind in Afrika, ihr seht's vielleicht. Und werden hier heute den Selbstverteidigungsmodus der Waffe ausprobieren. Denn 15 Schuss heißt, wir können 15 mal schießen, auch wenn die Tiere vielleicht Klasse 9 haben und Kaffernbüffel heißen und auf uns zulaufen. Das sollte hoffentlich das Vieh zum Liegen bringen. Natürlich nicht zulässig die Waffe, Klasse 6 halt maximal. Aber wir werden das heute testen hier auf dem Büffel mit der Pistole. Die Notfallsituation, wenn der Büffel hier tatsächlich Bock hat, uns zu fressen oder auf die Hörner zu nehmen, besser gesagt. Dann werden wir uns natürlich hier zu verteidigen wissen. Ein Hase. Als ob da ein Hase war. Und werden dann hier mal das Magazin da reinpumpen. Und dann gucken wir mal, ob der noch steht nach den 15 Kugeln oder ob er schon eher umfällt. Das gilt's heute auf jeden Fall rauszufinden. Dafür sind wir natürlich hier im nördlichen Part unterwegs. Denn hier sollten wir eigentlich jetzt hier ein paar Belätsgebiete haben. Ich hab leider keins mehr, außer das da hinten. Gehen wir bei dem Switch von der Beta auf das Dings manchmal, dann zerschießen die die Dinger, die Trinkgebiete oder Belätsgebiete allgemein. Oh, guck mal hier, auch schon mit Warnruf hier, das war ein Schwein. Aber nichtsdestotrotz sollten da auf jeden Fall ein paar Kaffee-Büffeln zu finden sein, die wir jagen können. Ich glaub, das Problem wird eher sein, dass wir die natürlich auch in den aggressiven Modus bekommen müssen. Das wird wahrscheinlich das Schwierige. Aber der Hund war's ohne Witz. Also dieser Hund mittlerweile, da hast du schon immer Angst, wenn da irgendwas hinter dir rumtappst. Aber es ist am Ende nur der Doggo. Ja, gucken wir mal, ob wir jetzt hier wirklich ein paar Befülle finden können. Da sollte man gleich von der Brücke eigentlich schon ganz gut sehen können, ob da welche sind oder nicht. Weil hier am Strand sind auf jeden Fall meistens welche so erwischen. Aber ist auch viel. Wir haben auch hier was an den Grafikern oder auf Afrika, oder? Guck mal, diese Unschärfe da hinten. Dieses Hitzeflimmern ist, glaub ich, noch viel extremer geworden, oder? Aber früher nicht so extrem. Das kann Grund dazu deaktivieren, wenn ich so sein. Das ist mir schon fast zu krass, wenn wir hier mit dem... Mit dem Hitzeflimmern. Richtig krass, ey. War gut, egal. Wir müssen hier am Strand hier lang. Und gucken, was da geht. Denn das hier ist unsere... Unser Ziel, was wir haben. Und im besten Fall sehen wir gleich schon von der Brücke hier die ersten Büffel, damit wir wissen, wo ungefähr die sind. Ohne, dass wir da jetzt vielleicht zu nah reinrennen. Denn wir müssen uns dann natürlich auch wieder anpirschen und dann, ja, irgendwie nah rankommen, dass wir den Schutz eröffnen. Weil ich glaube, das wird die beste Chance haben, wahrscheinlich, wenn wir einmal den anschießen, dass er dann aggressiv wird. Als dass wir jetzt darauf warten, dass er irgendwie aus anderen Gründen aggressiv werden sollte. Denn das wird dann wahrscheinlich nix. Aber hier ist auch gar kein Büffel. Ja, ist ja perfekt. Das ist ja richtig perfekt. So geht der Plan natürlich komplett auf. Nämlich gar nicht. Okay, dann kann ich ja hier ein bisschen schneller laufen. Wenn hier kein Büffel ist, seien sie ein Büffel. Guck mal da, dann nehmen wir die doch hier auf der Seite halt. Und gehen mal nach da hinten. Warte mal, das sind die, die wir gesehen haben. Bestimmt, da gucken wir jetzt auch noch. Raffernbüffel. Raffernbüffel, okay. Da haben wir auf jeden Fall auch noch ein paar Gebiete da am Start. Dann gehen wir in die Richtung und flitzen nochmal in die Nähe. Es sind sogar mehr Büffel, als wir von der Brücke aus gesehen haben. Da habe ich irgendwie nur drei gesehen gehabt, oder? Jetzt sind da mittlerweile fünf angekommen. Und da ist sogar ein mythischer Büffel bei. Aber es ist gerade nur bis 150. 150 noch kein Tier. Dementsprechend hat der nicht mal Potenzial. Da ist so ein siebener Büffel bei. Da hinten zweier weiblicher. Dahinter, den erkenne ich nicht. Und der braune hier vorne, der ist auch ein dreier weiblicher. Okay, und da hinten sind wir auch schon im nächsten Gebiet. Die anderen Büffel. Also haben wir jetzt hier auf jeden Fall ein paar Chancen. Und wir gucken mal, dass wir jetzt erstmal hier die ersten Büffel angehen. Noch sind es zu ruhig. Aber die werden wahrscheinlich gleich hier... Ah, die ist ja erstmal schon aufmerksam. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, wie wir uns da am besten jetzt anpirschen. Und da drauf kommen, ne? Wenn die schon aufmerksam sind. Aber die blimmert jetzt echt... Also ohne Witz, wo kann ich das ausstellen? Wo kann ich das ausstellen? Video. Nebel. Reflexion, Bewegungsunschärfe. Hitze flimmern. Bus. Ohne Witz. Also das ist wirklich ein bisschen too much, oder? Weiß ich nicht. Also auf 150 Meter habe ich Hitze flimmern wie sonst was. Klar, ich meine, wir haben gerade Mittagszeit. Weil hier gerade Trinkzeit ist natürlich. Was haben wir hier? Wobei haben wir nicht mal 10.30 Uhr, ne? Aber der Hitze flimmern weiß ich nicht. Ist mir ein bisschen... Ein bisschen too much. Dann doch am Ende des Tages. Da erkenne ich ja hier einfach gar nichts. Vor allem, wenn wir jetzt mit der Pistole ohne Visier schießen müssen. Nur mit Reflexvisier. Und ich habe da so ein Hitze flimmern auf der kurzen Distanz. Dann bringen wir das herzlich wenig. Aber jetzt hier gucken wir mal, dass wir uns an den Würfel annähern. Wir haben natürlich gar nicht mehr hier auf den Müll schon direkt gehen können. 100 Meter. Die wir noch haben. Wir müssen natürlich jetzt da direkt mal gucken. zwar mindestens auf 75 rankommen. Weil 75, glaube ich, die weiteste Distanz ist, die wir einstellen können. Richtig? Ja. Okay. Wir haben jetzt schon das Problem, dass die hier aufmerksam sind. Und... Bahnhof kommt. 87 Meter. Ich muss das jetzt hier wegziehen. Müssen wir jetzt mal kurz warten. Der Wind steht aber ganz gut. Wir brauchen jetzt natürlich die Schussdistanz. Um da mit der Waffe reinzukommen. 75 können wir einstellen. Und dann reinzukommen. Und dann können wir den Waffe sogar treffen. Boah, wir haben ihn auf jeden Fall ein paar Mal getroffen. Aber leider wird er nicht aggressiv. Leider wird er nicht aggressiv. Ich dachte, dass wir den aggressiv kriegen. Wir haben ihn auf jeden Fall ein paar Mal erwischt mit vermutlich Muskeltreffern. Er ist nicht gedroppt. Er ist noch 100% geblieben. Aber wir haben eigentlich jeden Schuss, den wir geschossen haben. Wir haben ihn hier mal irgendwie getroffen, ne? Ich brauche natürlich jetzt hier den aggressiven brauche ich eigentlich. Wie kriegen wir den jetzt auf aggressiv? Den müssen wir uns doch näher anpierchen. Versuchen wir aber den da hinten. Und der hier. Wenn wir mal gucken, ob der verändert oder nicht. Wollen wir jetzt erstmal gar nicht hinterher gehen. Großartig. Gucken wir mal eben hier die Anschüsse an. Die wir hier gesetzt haben. Aber hier ist doch schon gar nicht so schlecht der Anschuss, oder? Das ist kein Lungentreffer hier. Ist doch Lunge oder nicht? Er ist doch Lunge, würde ich behaupten. Tötlicher Treffer. Tatsächlich. Ja. Ist doch tot der Büffel. Also der erste Schuss war schon tatsächlich in der Lunge drin. War gar nicht so schlecht. Aber wir bleiben uns dann trotzdem erstmal auf den anderen da vorne drauf. Denn die stehen ja gerade so schön parat. Und dass wir uns da auch noch ein bisschen annähern können. Wenn wir Glück haben, dann kommen wir da mal in den aggressiven Modus. Um die vielleicht zu erwischen. Oder den zu provozieren, dass der uns angreift. Das sind wir das Problem, ne? Wenn die einen angreifen sollen, dann greifen sie eigentlich an. Und wenn man sie nicht haben möchte, dann kommen sie und laufen die drei Kilometer näher. Um dich aufzuspießen. Aber wer... Man möchte das hier halt machen. Dann klappt das eben nicht immer. Aber vielleicht beim nächsten... Ich halte mich mal so ein bisschen weiter links hier. Da ist ein bisschen erhöhter. Und die Position auf der Ecke da vorne. Versuchen wir da hinzukommen. Und dann können wir über die Gräse ja hoffentlich ein bisschen hinweg sehen. Um da ein bisschen mehr Weizig zu haben auf die Büffel. Und hier nicht durchs Gras zu laufen, wo wir dann nichts erkennen können. Das machen wir einmal so. Dann sollte man da nämlich ganz gut bedient sein. Okay, aber schon mal erstaunlich, dass wir da in der Lunge waren. Wobei auch wenig erstaunlich eigentlich, ne? Dass wir Lunge treffen. Überrascht das nicht so sehr. Weil wenn wir da mit der 3 zu 6 schießen würden, die weniger Durchschlag hat, dann würden wir auch safe in der Lunge reinkommen. Ist da nicht zugelassen. Aber 3 zu 6 geht immer hin bis Klasse 8. Hier nur Klasse 6. Aber trotzdem, der Durchschlag ist ja sogar noch stärker. Ja, insofern nicht so verwunderlich, um ehrlich zu sein. Dass wir da zumindest in die Lunge reinkommen. So, Warnrufe ist schon wieder hier da. Aber welchen davon kriegen wir jetzt auf aggressiv? Sollen wir einfach näher rangehen? Ob das einer von Lein aggressiv wird? Oder wie ist der Plan? Sonst werden sie gleich wahrscheinlich einfach abspringen, ne? Die werden wahrscheinlich einfach abspringen, wenn ich jetzt hier nicht was erledige. Ich gucke einfach, was passiert. Wenn wir jetzt da näher rangehen. Guckt mich auf jeden Fall schnell an, die Büffel. Zumindest die meisten. Alle noch nicht, aber einige auf jeden Fall. Drehen sich aber auch wieder weg. Jetzt soll ich jetzt hier die Flucht ergreifen, ne? Auch wenn sie mich sehen. Rechts die schauen mich an. Links die... Den einfach nur. Ist er aggressiv? Er ist aggressiv, ne? Er ist aggressiv hier. Boah, Alter. Ich sag mal hier, Kopftreffer. Nicht so gut. Das Gefühl, dass manche Schüsse gar nicht gewertet werden, oder? Manche Schüsse scheinen irgendwie komisch daneben zu gehen, aber er fährt gleich um. 0 bis 25 und dann ist er tot. Aber wir haben endlich mal eine Lunge getroffen. Zumindest 3-4 Mal, würde ich behaupten. Aber manche Treffer, da zeichnet er gar nicht. Also richtig, richtig merkwürdig. Aber wir haben im ganzen Magazin drauf geschossen. Wir sehen hier die Treffer alle. Ei, 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 ei. Okay. Der ist auf der Fall durch Löcherheit, würde ich sagen. Er hat abbekommen. Tatsächlich 14 Treffer. Wir haben einmal neben geschossen. Von den 14 Treffern hier. Erstmal in den Muskel hinein oben. Über ein Kopf hin drüber. Dann in den Schädel. Ja, mit dem Gehirn vorbei. Ich habe versucht, hier das Gehirn zu treffen. Dann in den Schädel nochmal. Auch Gehirn nicht getroffen. Dann, das ist der. Dann nochmal Muskeltreffer. Oh, der war eigentlich gut, war der. Der war eigentlich gut, was da passiert. Weißt du, was da passiert war? Dann haben wir hier Lungenflügel getroffen. Dann nochmal den Muskel. Dann nochmal die Lunge. Boah, aber Lunge schon aus der kurzen Distanz. Eier, aber schon gut Durchschlag, ne? Ja, das schon richtig gut Durchschlag. Dann nochmal Lungenflügel. Aber ein bisschen weiter unten. Und dann hier nochmal. Lungenflügel, Lungenflügel, Lungenflügel. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lungentreffer. Bis er dann endlich verendet war. Also Stoppwirkung. Naja. Magazin reingesammelt. Aber bis er dann mal tatsächlich ungefallen ist. Hat ein bisschen gedauert. Trotzdem haben wir ihn auf jeden Fall erlegen können. Da hinten ist auch noch ein Büffel. Den holen wir uns auch noch, würde ich sagen. Aber ist der schon ruhig? Oder sind das die anderen Lever gerade? Oder sind das die anderen Lever gerade nach hier zurücklaufen wieder, ne? Das sind die anderen. Da kann man eigentlich nur gucken, ob wir die vielleicht auch nochmal aggressiv bekommen. Aber wir haben den aggressiven Modus gehabt. Und haben da tatsächlich das ganze Magazin reinpumpen können. Da hinten steht noch ein Büffel am Wasser, ne? Die sind, glaube ich, ruhig da. Wir müssen doch gleich noch die anderen Büffel da hinten holen. Ja, ja. Da hinten ist einer. Ah, die hauen schon wieder ab hier. Die hauen schon wieder ab auf der Flucht sind sie nämlich. Ja, ich will jetzt versuchen, den jetzt hier mit der Waffe anzuschießen, dass der vielleicht aggressiv wird. Ne. Haut einfach ab, ne? Haut einfach ab, der Boy. Okay. Okay, dann so nicht. Wir gehen einmal kurz, ähm, einmal kurz zurück, den hinten holen mit dem Lungentreffer. Weil sonst, wenn wir da jetzt nicht zurückgehen, dann werden wir den nie wiederholen. Da möchte ich einmal gucken, wie weit der tatsächlich geflogen ist. Wie weit die Flutdestanz ist, weil wir da, den haben wir auch per Mal geschroffen. Viel Muskeltreffer. Ein Lungentreffer war auf jeden Fall safe dabei gewesen. Insofern möchte ich mir den zumindest ansehen, wie weit der gekommen ist. Wenn ich jetzt hier die Pferden finde. Warte mal, war das nicht hier? Das war doch hier irgendwo, oder? Ich glaube, die haben wir irgendwo hier geschossen. Warte mal. Da hat ein paar Pferden. Losung. Da vorne ist eine Schweißpferde. Dann muss das der sein, weil den haben wir nur hier getroffen gehabt. Den anderen hatten wir nicht. Also ist jetzt der hier. Tödlicher Treffer. Das hier ist ein tödlicher Treffer. Labert auch kein. Auch tödlicher Treffer. Fuck, ist doch buggy, oder? Das ist doch, glaube ich, buggy. Aber ich sehe auch vor allen Dingen den Kegel nicht. Aber ich sehe, dass er hier lang gelaufen ist. Gibt es keinen Kegel mehr bei den Schweißpferden? Na doch, hier. Aber der ist so gelb auf dem Sand. Sieht man den nicht so gut, ne? Da sieht man den nicht so gut. Aber hier geht es noch nicht mehr weiter. Sollten hätten wir ja auch noch den Hund über, den wir einsetzen können. Aber wir gucken erst mal, dass wir den jetzt hier in den Büschen aufschwimmen können. 65% hat er hier noch gehabt. Ist hier schon tatsächlich gedroppt das erste Mal. Im Gesundheitszustand. Geht hier weiter durch die Büsche durch. Bryce fährt immer noch 65%. Der wird hier doch gut ins Niederland reingegangen sein, glaube ich. Wenn er nicht irgendwann aufgehört hat. Ah, guck mal, von Lisha ist wieder zurückgelaufen, ne? Er ist wieder zurückgelaufen, glaube ich. Der hat einen Bogen gemacht, kam wieder zurück und ist dann irgendwann umgefallen. Denn die Laufrichtung hier zeigt auch an, dass wir Richtung Strand unterwegs waren. Da sehen wir das erste Schuss tatsächlich hier aus 96 Meter mittendrauf in die Lunge rein. Also da auf jeden Fall auch gute Wirkungen. Natürlich nicht zulässig, wie gesagt. Und dann haben wir hier nochmal ein paar Treffer, die weiter hinten sind. Aber auch fünf Treffer insgesamt. 78%. Aber der Hauptanteil hier tatsächlich der Lungenflügeltreffer und dann der Darmtreffer, den wir auch noch hatten. Dann ist alles Muskeltreffer. Nehmen wir also auch an und gehen dann, wie gesagt, mal zu den Büffeln, die wir da hinten noch hatten. Am Strand. Hier noch Kudos, die am Ruhen sind. Aber wir gucken nochmal, ob wir nochmal einen Büffel hier erschießen können. Aber Büffel stehen hier. Nämlich direkt vor mir. Boah, da kommt nochmal, mal gucken, ob der hier so einen Kopfschuss hinbekommt. Aber kriegt er nicht, ne? Kriegt er einfach nicht. Aber den haben wir trotzdem relativ schnell zum Liegen bekommen. Oh, ja, auch Doppel-Lunge. Dreifach-Lunge. Keine Lunge. Viermal Lunge. Fünfmal Lunge. Sechsmal Lunge. Siebenmal. Ah, ne. Ich glaube, so viele Lungen haben wir dann doch nicht gehabt. Aber er ist auch schon da hinten tot. Also, an den haben wir auch richtig schnell. Ich glaube, dass der eine aber hier im Kopf war. Weil hier der Schuss hier, der ist jemals in die Lunge durch. Der wird hier, glaube ich, ein Kopftreffer gewesen sein. Und dann sind wir hier schon, boah, gute Treffer. Hier sehen wir Kieferschädel und dann hier Gehirn, ja. Der eine Gehirntreffer natürlich 92%. Aber selbst da erstaunlich, dass der trotz Kopftreffer, Gehirntreffer, nicht sofort umfällt, ne? Also, da sehen wir hier zwar eine sehr, sehr gute Wirkung und eine sehr kurze Fluchtdistanz dadurch. Wir haben zwar danach auch noch zweimal Lunge getroffen. Die aber eigentlich schon hier, der war schon im Fallen eigentlich. Wo wir den noch erwischt haben. Im letzten Schuss. Da war er schon eigentlich tot am Zusammenbrechner. Haben wir noch mal eben erwischt. Aber der Kopftreffer hier war dann der Ausschlaggebende mit 92%, den wir da haben. Aber interessant, dass er auch trotz Kopftreffer nicht direkt umfällt. Und der hier, der hat auf jeden Fall einige Lungentreffer kassiert. Und hat die Flucht auch nicht mehr weit geschafft. Mal gucken, wie oft wir dann hatten. Hier, Muskeltreffer war der erste. Der hier. Oh, das war halt einer, den wir schon angeschossen hatten, oder? Den habe ich doch gerade jetzt erst im Laufen seitig getroffen. Der stand doch nicht so spitz zu mir. Das hier war, glaube ich, der erste Schuss gerade hier. Den Magen, Lungenflügel. Dann hier Lunge, Lunge. Lunge, Lunge. Muskel, Muskel, Muskel. Also hier, etliche Lungentreffer auf jeden Fall. Die wir da auch erwischt haben. Und ihn damit erlicht haben. Also Pistole. Ja. Magazinkapazität ist, glaube ich, da der Faktor der Stoppwirkung. Wir haben gesehen, Kopftreffer, Selbstgehirntreffer, nicht direkte Stoppwirkung. Bei der 10 Millimeter hier. Aber die Magazinkapazität rettet einen dann den Arsch, wenn man, glaube ich, angegriffen wird. Und man hat auf jeden Fall genug Munition, um ihn zum Liegen zu bringen. Irgendwann im Laufe der Zeit. Ganz was gewesen sein vom Video. Bisschen Spaß muss auch mal sein hier. Mit der Pistole auf dem Büffel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, Däumchen auch abonniere, nicht vergessen. Und bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.